Heute feiert Amina im Park mit ihren Freunden ihren sechsten Geburtstag. Wenn sie zwischendurch etwas Milch will, kann sie immer zu Maha kommen. Sie kommen immer, wenn irgendwas war. Es geht auch um die Geborgenheit. Aber ich stille Amina noch regelmäßig, jede Nacht beim ins Bett bringen. Maha ist sich ihrer Sache sicher, doch Aminas Vater Don hat seine Zweifel. Ich bin nicht ganz einer Meinung mit den Muttermilch-Fans. Stillen ist gut, aber wann ist es genug? Welche Probleme können mit der Zeit entstehen, frage ich mich. Ich bekam dem Ballon geschenkt und sie legte ihre Hand an meine Brust. Vielleicht ist das das natürliche Abstehen. Nicht mehr saugen, nur noch halten. Wann hört das auf? Soll meine Tochter eine Witzfigur werden? Das treibt mich um. Don und Maha haben sich getrennt, als Amina zwei Jahre alt war. Sie teilen sich das Sorgerecht. Ich befürchte, dass es auch um das Ego einer 51-Jährigen geht, die eine 6-Jährige stillt. Ich kenne Maha. Ihr Ego muss befriedigt werden. Das ist ein Ego und Preise, der muss sich abholt.